Ja, eigentlich perfektes Wetter für zweite Landjägerwanderung, eyyyy, wuh, 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 geil. Landjäger, schönste für mich wieder mal, dass hier Leute zusammenkommen, die reden miteinander, ja, die tauschen sich aus, was sie so machen im Leben. Das ist die Gespräche, ne? Wenn du was sagen willst. Da wird geschnappelt und geschwätzt, ja, ich muss da also mal gucken, dass wir da links und rechts mal ein bisschen gucken, oh, guck mal wie schei. Nächste Möglichkeit links. Du hast die Tour verlassen, ruf einen Blick auf die Karte. Die Tour verlassen? Moment. Oh, jetzt müssen wir uns schon beeilen. Ja, Patty, Zeigungsmodo Weg, ey. Oh, hier schön, Offroad. Lauter Filme, ey, du, voll vergessen, wo es lang geht. Ach so, schön, liebe Leute wieder da. Das ist eigentlich schön, dass wir halt da zusammenkommen. Landjäger! Hier, 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 Molkerei. Schäferei. Hey, das sind wieder sämtliche Sachen verdreht, ey, geil. Hier mit dem Bus angereist, übernachtet, um jetzt bei der Landjägerwanderung dabei zu sein, ey. Boah. Oh, ja, 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 heute Morgen muss es schnell gehen. Da habe ich ja fast hier den Hals aufgeschnitten beim Rasieren. Also, im Sinne von, jetzt haben wir mal Hottis. Die wartet doch schon. Was ist denn da? Die Schuhbinde. Die Schnürsenkel müssen wir wieder gewachst werden. LJ2, ja? Und? Das Wetter ist trocken. Die Wolken hängen tief. Die Gruppe ist... Ey, was machst du zur Gruppe, ja? Die Gruppe ist einfach herrlich. Also, wir sind heute wirklich gewachsen. Ganz, 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 ganz liebes Dankeschön an alle, die da sind. Genauso brauche ich euch. Und, wie ist es? Ganz gut. Wie geht's, wie geht's? Läuft. Läuft. Wir machen hier voll den Abstieg. Es geht bergab mit uns. Oh, ja. Ich gehe richtig runter. Jetzt ist er nachher immer wieder hoch, gell? Das ist ruhig wieder hoch, ja. Wir lassen uns nicht an, wenn ich nix anmerken lassen. Natürlich ist es. Jetzt bist du ja auch schon seit erster Stunde dabei. Ui. Klar. LJ1, LJ2. Wo machen wir LJ3? Wahrscheinlich? Bayern. Bayern? Sehr geil. Wie ist Bayern? Wo in Bayern? Wie wäre es, wenn wir nach Kempten gehen? Oh. Wir haben ja Leute auf Kempten dabei. Wo ist denn das? Das ist im Allgäu, ja? Das ist im Allgäu. Das ist ja herrlich. Kempten. Mal ist auf die Alm. Okay, das ist... Wie fragt man das Gini? Tief in den Wald hinein. Da stellt sich's wieder raus. Hier, gutes Material. Wir brauchen gutes Schuhwerk, Leute. Leute, Leute. Nicht so eine Plastikschlappe. Habe ich schon eine Plastikschlappe da oben gesehen, gell? Folge dem Weg 190 Meter. Machen wir. Geht das mit den Schuh, he? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was machen die Schuhe? Geht's? Super, einwandfrei. Und wie läuft's mit den Schuh? Passt das? Das passt wunderbar. Geht das, ja? Geht's mit den Schuh? Einwandfrei. Frisch geschniert. Frisch geschniert, jawohl. Super. Oh, ihr gehört nicht dazu. Wir hätten noch Platz in der Gruppe. Ja gut, was ist los hier auf dem Weg, hey? Wir kommen, wir kommen auch. Hier geht's schon ein bisschen arg runter, ja? Geht das? Jetzt gibt's schon Beschwerde über die Route, gell? Oh, jetzt aber hier. Das ist richtig Adventure-mäßig da. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Das kriegen wir euch alle durch. Wir lassen keinen zurück. Keiner wird zurückgelassen. Die absolute Landwäger-Regel Nummer 1. Keiner wird zurückgelassen. Jawohl, Skinny. Jawohl. Jawohl. Das passt. Vielleicht kann man sich ja gegenseitig helfen mit Stecke, wenn man Stecke hat, ja? Mach mal schon, mach mal schon. Angebot steht. Oh ja, ich finde es gut, dass du das filmst. Als Beweismaterial, ja? Ja, bitte. Guck mal, das ist ja... Es sieht gar nicht so steil aus auf der Kamera. Ist es auch nicht, ist es auch nicht. War easy. Ja, heute Morgen sah es so aus, als ob es noch nicht ganz droge wäre, draußen. Aber lassen wir uns natürlich nicht abhalten davon. Folgendermaßen muss man sich da durchpushen. Kleine Kick. Schon ist man draußen und wird belohnt. Folge dem Weg 150 Meter. Wir sind hier übrigens im Rhein-Neckar-Odenwald. Ursenbach, Schriesheim, die Ecke Weinheim. Ach jo, ganz herrlich. Sozusagen Heimspiel. Fast ein paar Kurven musste gefahren werden. Aber die Belohnung ist schon wieder da. Bei nächster Möglichkeit... Die Belohnung, wenn man ganz unten ist, ist meistens ein schönes Päschchen. Komm, mal gucken. Die Landgeger gehen ihre Wege. Oh, danke, 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 bevor das nass wird. So gut nix. Ein nächster Möglichkeit links, danach scharf rechts. Also jetzt, ich glaube, ich wiederhole mich im Video. Aber es sind so liebe Leute. Es sind super Leute, ja. Und was die wieder alle... Wo die alle wieder herkommen. Und was die alle machen, ja. Klasse. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, gell? Ja. Also... Großes Messie. Schaut, dass ihr da seid. Schaut, dass ihr dabei seid. Ich guck mal, da werden ja ein bisschen rausgefordert. LJ3. LJ3. Seid dabei, es ist ein Abenteuer. Allgäu. Jetzt links abwiegen, danach scharf rechts. Boah, da geht's noch fähig, ja. Huh. Nimmst du dich am Schlawicki, warte? Herzlichen Dank, ey. Danke dir. So, du, Spatschlucht. Ah, Spatschlucht. Komm, find's abenteuer. Doch, pass auf die Wurzel auf. Sagst du mir Bescheid? Ja, ich mach ne Dolly mäßig. Doch, dein Bruder hat immer ein Auge auf dich und den Weg. So wie die Landjäger das machen. So wie die Landjäger das machen. Landjäger gucken immer um sich rum. Oh, guck mal da, ey. Was ein Stollen. Sogar Bergbau. So, das kann man sich schnell nicht gehen lassen. Das ist noch ein kleiner Umweg. Jetzt noch ein bisschen lupfen und dann ist schon wieder das Ergebnis, gell. Schon wieder gleich. Spatschlucht. Fertigen. Ich glaube, hier machen wir unser Foto. Und wie ist es? Prima. Speistreibend, aber du, es war es wert. Es war es wert, aufzustehen halt mal. Oh, geil, ey. Genau so brauchen wir es. So brauchen wir es. Nicht anders. Herrlich, Herrlich, Herrlich. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Trinkpause. Ja. Mal kurz anhalten. Sehr gute Route, doch, muss ich sagen. Haben wir wieder gut ausgesucht. Spannendes rausgesucht. Macht Spaß. Hoch und runter wie im Lever auch. Auf und ab wie so ein Lowrider. Und wie fit? Schon ein wenig anstrengend, aber lohnt sich. Und wie fit? Gut, aber ich habe die Hits. Du hast die Hits? Ja, spitze, wie das auch. Ein Ausziehendom. Ausziehendom. Aber dann will ich dann auch nicht. Ja. Und wie lebt es? Super, topfit. Alles, alles bestens. Nass gespitzt, die ganze Buckel runter. Ah ja, das kommt von dem Plastik, ja? Schön. Möchtest du mal Ausziehendom? Das kann sein, das kann sein durch. Recht. Ach so, habe ich gerade gesehen. Wie geht es dir? So weit gut. Oh, guck mal, was tut. Was tut ihr halt für? Oh, da ist die Stocknägel. Ei, 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 ei. Kein Kindergarten, fünf Sterne. Ist so ein Film. Da kann man schon von OG sprechen, Alter. Brauchen wir das auch? Wir brauchen auf jeden Fall einen Landjägerstocknägel. Auch Stücke und so. Ja, ja, kommt alles, wenn ihr Bock drauf habt. Dann magst du eine geile Sache. Du hast auch ein bisschen Blech, ja? Das kriegen wir doch hier. Ein bisschen Abinseln. Ja, wo? Boah. Wo ist das? Passau, Zwiesel, das ist... Ja, wo waren das schon? Ei, 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 ei. Das ist eine schöne Sache. Da gab es ja Google Maps noch nicht, oder? Guck mal, da kommt jeder mit dem Bike runter. Brutal. Gute. Gute. Geht gerade jemand hier. Wo wollen wir noch einer zünden? Dankeschön. Danke. So, ich habe gerade mal Weste ausgezogen. Hier drunter ist ein kleines Funktions-Wolle-Side-Shirt. Und du triffst natürlich Hesse-Dog-Merch. Und als Outer-Layer ist natürlich hier so eine schöne Wolljacke. Weil wenn es jetzt so nieselt, da wird es zwar nass, aber trocknet gleich wieder. Und kennt ja jeder jetzt, oder? Wolle wärmt auch, wenn nass ist. Jetzt habe ich mich aber ganz schön zurückgefallen lassen. Nach Austreten. Jetzt müssen wir ihn doch wieder aufholen. Natürlich haben sie gewartet. Natürlich. Ich kann mich nicht immer drüber lassen. Wo ist denn das, oder? Ich weiß nicht. Willst du mal nun? Also hier hat ein Motorblock drinnen. Annetta ist so Lohre, Alter. Guck mal, da ist so ein Stolleingang. Da kommen wir voll die Lohre reingeballert. Klar, das ist ein Stolleingang. Stolleingang, da. Oh, ist das so ein altes Ding, oder was? Ja, zugemacht. Da kannst du rein, da geht's runter. Dann weißt du, was da unten noch ist. Ey, das ist so, meinst du mit Diamanten und so? Patty, wie gefällt es dir? Gut, gehen wir weiter. Und wer weiß, was ist denn das für einer? Einen Bock? Nee. Keinen Bock. Guck dir das mal an, ey. Wie schön blau der ist. Das ist ein Rabacke, das ist ein Feature. Da muss man mal gucken, ey. Eieiei, der hat auch einen Käfer, weil er blau ist, oder? Wer kennt sich denn aus, da? Wer kennt sich denn aus? Guck mal, der ist schlau. Heißt das ein Knochenglanzkäfer? Wir müssen im Internet gucken. Oder jemand weiß es, du unten bitte neu schreibe in die Kommentare. Ich habe einen Hut gefunden, ey. Geil, der wird mitgenommen, gell? Wir nennen ihn Jabba. Blut. Jabba, der Hut. Tust du ihn jetzt umsetzen? Nee, nee, wir tun ihn hier. Wir tun ihn auch ins Sackeln da. Oh, Tiete dabei. Ich habe mir jeden Tag eine gute Tat. Oh, herrlich. Danke, hast mich schön nass gemacht. Wie vorbildlich willst du sein? Du hast gesagt, Bosch geht's. Landräger. Noch eine Bierstange? Was ist denn ein Bierstange? Leider kein Landjäger, hätten sie nicht mit Kappel. Kein Landjäger mehr gehabt, hei, hei, hei. Und ist das Bio? Äh, no. Ah! Zündigt. Da kommt nicht mal eine Einwahl ins Jahr. Ähm, aber wenn du diese Wildschweinbratwürste da hast, ne? Direkt aus dem Umkreis, wie wir gerade mal besprechen, und deinen Imbiss aufmachst, Samstags und Sonnachs, da haben wir den ganzen Radfahrer da und Wanderer auch haltet. Oh ja. Mit selbstgebackenen Brötlin. Bio-Brötlin. Na dann, ne, dann sind wir aber am Start, ey. Da bin ich dabei. Das, äh... Tust du das probieren? Hey, man kann das probieren. Du musst mich da betreuen. Muss man da hin. Ich bin da. Wenn du was starten willst, kontaktieren, ich immer für einen Rat zu haben. Sehr schön. Gell? Dann werde ich drauf zurückkommen. So sieht's nämlich aus. So was besprechen wir hier da, gell? Schöne Business-Idee. Die Zukunft. Nee, wir müssen da auch wieder... Also gefühlt sind wir doch bei null. Alles macht zu. Jetzt müssen wir wieder gegensteuern, gell? Guck mal da. Wie viel sind wir denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gibt es acht? Acht Leute. Ein Hund. Zwei Hunde. Plastik im Wald schon wieder was gefunden? Ja. Weg damit. Weg damit. Ich bin halt echt in der Wald. Schön auflesen, jawohl. Jetzt gibt es schon wieder Stände, gell? Ja, ja. Man hat ja mal richtig hier so Ruf runter, gell? Da ging es noch schön die Warte. Aber jetzt schön smooth wieder nach oben. Das ist gut. Bio-Heime. Bio. Alter, wie du wäscht, gell? Ja, ja. Das ist im Hinterkopf, gell? Irgendwie sehen sie auch schon anders aus, alles so. Glücklich, im Saft, rote Bäcklin. Geil. Wann dann losst du habe ich? Dorscht. Da hitzen wir was vom Fass. Halt so lang, wir sind direkt auf dem Highway. Ab, 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 aber jetzt. Schieb dich mal richtig an, du. Ist das herrlich, ja? Ah, und was schon neue Lebensweise heute. Ist das schon was aus euch kommen auf der Wanderung? Ja. Das Hemd verkotzt, die Hose verschissen. Vom Letzten auf wird nichts mehr wissen. Die Treppe nur für alle vier. Eisbaum, Ureis, was ein Bier. Das ist auch nicht Bio, gell? Das ist nicht Bio. Nein, das ist nicht Bier. Leute, hier ist das der Biervater, ja? Nein, ist er nicht. Von dem habe ich all mein Wissen über die erweiterte Bierführung, ja? Ja, da müssen wir uns noch mal unterhalten da mit der Brauerei. Ja, da gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Müssen wir noch mal, dass wir noch mal mehr, oh, da kriegst du jetzt noch mal richtig Dorscht, ne? Wenn ich jetzt an so schönes eigenes Bio-Bier denke. Sehr gut, ja? Und aus dem Treber noch ein schönes Brot backen. Auch noch ein Brot backen? Ja. Das ist ja wieder ein Kreislauf. Oder du tust Pilze drauf, das geht auch noch. Pilze? Pilze. Äh, so Kräutersetzling oder was, hm? Ja, die Champions. 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 Oh, Champions hätte ich Bock. Grau, weiß, whatever you want. Auf dem Treber Champions. Ja, das passt ja natürlich. Ach, deshalb heißt das Pilz, ja? Ja, ich mache ja jetzt immer nur 15 Liter, 18 Liter Maximum. Ja, aber du könntest die Ausschlagmenge ja erhöhen und der Zeitaufwand ist der gleiche. Ja, man braucht nur größere Kesseln, gell? Größere Käse, größere Gärgefäße. Wie kommst du hier? Vielleicht mehr Flasche. Mehr Flasche. Ja, das ist auf jeden Fall am Pulver. Am Pulver hier da benutzen. Du musst erst mal wieder... Du musst was reinlassen. Ah ja, wenn man das größer machen will. Also ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Ja, wer verkauft denn die Brühe? Vielleicht will doch jemand investieren, hm? Das wär's eigentlich. Das ist doch Bier. Man macht dann, äh, man finanziert und kriegt gleichzeitig Anteile. Ja? Hausfunk. Hausfunk. Ey, ich komme hier auf die Nähe bei den Wanderungen, hm? Erster Waschautomat. Jetzt machen wir noch eine Brauerei. Hei, hei, hei. Ich hab fünf Jahre gemacht. Und zwar auch schöne fünf Jahre, keine Frage. Aber ab dem Tag, wo ich weg war, hat's dann auch niemand mehr interessiert. Natürlich, ja, das ist halt. Und das ist schade. Ja. Hey, waren wir hier vorhin jetzt schon mal. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oder? Ja. Gude. Gude. Wir sind gleich in der Hütte, gleich haben wir es geschafft, ey. Ah, bin ich froh. Wasch hab ich. Also Licht brennt schon mal. Aber jetzt zumindest regional, gell. Ich komme gleich. Dinkel Weizentoast. Ja, was soll das sein? Schöne Hausmacher und meine Göckchen. Jawohl. Was kommt da? Ein Aubergine-Aufstrich. Ein Aubergine-Aufstrich? Bio. Und Bio. Das ist ja hammermäßig. Also dann, ja? Was denn herrliche Dach schon wieder? Geile Dach schon wieder. Besser als in die Hose. Du, gleich mal Taschenmesser-Check, ja? Oh ja. Das geht aber Hottisch auf. Das geht halt auf. Und hier haben wir noch Opinel mit. Gude Käse, ja? Zu lang, das Ding, Alter. Ich muss mich erst gewohnt an das lange Messer. Oh, hier wird geschehen, hier wird geschehen, hier wird geschehen, hier wird geschehen. Ah, noch einen kleinen Umweg, meinst du, ja? Ah, nee, ja. In 50 Metern an der Gabel um rechts auf Leichtweg. Wollen wir noch einen längeren machen? Leute, Verlängerung. Verlängerung, ajo. Verlängerung, ajo. Oh, herrlich. Kann man sich drauf verlassen, auf die Landjäger. Drinne. Also in Zukunft, ich muss zurückrudern, die Touren werden länger. Ich wollte euch ja eigentlich immer schön kurz und knackig, aber... Maximal so ein halb, ja? Ich warte euch die vier Stunden plus, nein, Alter. Bei nächster Möglichkeit rechts. Ja, herrlich, ja, wir waren hier gerade schon gesessen, da. Jetzt rechts auf Leichtweg, es rieb in. Ja, gut, nochmal besprochen, alles, ja? Wie es so in Zukunft losgeht. Ja, jetzt haben wir es ja schon wieder geschafft, alles, ha? Ja, da sind wir. Hey. Jetzt sind wir schon wieder eben rum. Das ist nur Witz. Zu schnell, gell? Ja. Oh, aber was sehe ich denn da hinten? Ah, ja, guck mal, die sind uns gefolgt da hinten, gell? Ein paar Plätze voll. Das ist ja hoch, ja, klar, das ist das. Krass, Mann, ey. Das ist doch richtig hoch. War das wohl eben krankgewaggel oder sowas? Nein, da waren wir vor euch, hä? Ja, ja. Ja. Jetzt schon goodbye, goodbye, ja. Ja, schön, dass wir es gemacht haben. Normal sind wir nicht so jemand, wo das machen. Aber mal raus aus der Komfortzone. Ja, wir sind introvertierte Nudeln und jetzt sehr glücklich. Ich seh mir auch. Oh, die, 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 die. Ist ein Haufenlandegerscheid jetzt mal wieder. Ihr kennt doch die Uhrzeit, ihr kennt den Handel, der wisst du, wie viel Uhr ist, der wisst du, wie viel Bomben, oder? Ja, ihr habt euch gerade ausgetauscht, ja? Ja, das ist geil, 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 geil. Ja. Ja, jetzt, du, alle weg. Ach, das ist wieder schön. Herzlichen Dank, dass ihr mitkommen seid. Das nächste Mal bitte live. Subscribe, abonnieren. Kein Landjäger, Newsletter mehr verpassen, steht oder alles drin. Ich sag mal Gude. Danke, wurde.